Hallo ihr Lieben! Am Montag, den 29.11. spazieren wir mit einer Lichterkette durch Neubrandenburg. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr auf dem Marktplatz, sodass wir um 19 Uhr, wenn es gruselig dunkel ist, spazieren gehen können. Für die Lichterkette laden wir alle Menschen aus Neubrandenburg und Umgebung und insbesondere die Kinder ein. Damit wir die Kinderaugen auch zum Leuchten bringen, stellen wir Fackeln zur Verfügung. Natürlich könnt ihr auch Laternen, Taschenlampen oder Wunderkerzen mitbringen. Oder ihr lasst euch was ganz Verrücktes einfallen. Seid dabei bei der Lichterkette am 29.11. in Neubrandenburg.